dann sag ich mal moin moin herzlich willkommen auf meinem kanal auch damit mal und wir haben eine aktion heute wieder hier clean up an der gronaustraße im dortmunder norden ihr seht dort unten sind schon wieder welche unterwegs und der benjamin ist heute auch damit bei wieder er darf auch ruhig mal winken ja unterdrücken noch welche wir warten wir warten wir warten wir warten nicht mehr es kommen aber wir fangen schon mal so das ist hier der oberste fleck wo wir letzte mal waren ja man muss aufpassen heiko hier sind viele spritzen aufpassen wenn er mich hat so ein rechendieren zum stück stehen weil hier in petanzen nicht rein da haben wir letztes mal schon zusammengeklebt und alle spritzen auf jeden weg da ich hätte es mir vorher sagen dann nehme ich das rührende luft nochmal auf ja ich sehe das dann wieder dafür ist der container unten wieder sauber du bist immer im bild wenn du nicht willst ja wir haben jetzt drei stunden durch und man sieht es ist immer noch kein ende aber wir haben schon eine menge geschafft eine menge ist geschafft wir haben fleißige helfer gekriegt wir machen jetzt hier noch so ein bisschen und sehen wir uns dann gleich noch unten mit den ganzen tüten ein super team heute gesundheit ja das ist das ganze team das ist das ganze team was jetzt vier stunden hier war und die ausbeute haben wir auf wie viel was waren das 30 meter auf 30 meter ich habe euch auch keine lust mehr diese säcke zu 10 aber es sind viele es sind viele autoreifen und ein eimer von uns spritzen aber das kommt im video nachher noch danke 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 dass ihr hier war auf ein nächstes